Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 20. August mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ein 40-Meter-Baum wird im Waldgebiet öfter in Kettwig gefällt und mit ihm gerade noch einige andere. In Kettwig sind rund 1.000 uralte Buchen völlig vertrocknet. Das ist eine Katastrophe, sagt der Förster dort. Teilweise stehen die Buchen in Kettwig seit 200 Jahren. 197 davon sehr glücklich. Die letzten 3 trockenen Sommer haben ihm dann aber den Rest gegeben. Da sind sogar die uralten Buchen mit ihren langen Wurzeln nicht mehr an genug Wasser gekommen. Deswegen können trockene Äste ab oder gleich der ganze Baum umfallen. Zur Sicherheit werden die Bäume neben den Reit- und Spazierwegen in Kettwig jetzt gefällt. Die meisten tiefer im Wald dürfen aber stehen bleiben und verrotten dann nach und nach. Schiefeschule Schonnebeck sucht schönen, stabilen Standort. Könnte eine aktuelle Annonce der Stadt sein. Die Schiller-Schule und die Johann-Michael-Seiler-Schule stehen seit vielen Jahren schief, weil es da Absenkungen vom Bergbau gibt. Die Stifte kullern vom Tisch runter und die Schüler sagen, dass sie ziemlich oft Kopfschmerzen haben. Deswegen wurde schon entschieden, die Schule wird komplett neu gebaut. Aber wo? Das ist die große Frage. Drei Grundstücke hat die Stadt vorgeschlagen. Zwei in der Nähe der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck und auch das aktuelle Grundstück noch mal. Die Schulpolitiker finden die aber alle nicht so wirklich gut. Mal passt der Schulweg nicht, mal ist eine andere Grundschule zu nah dran. Jetzt heißt es für die Stadt, weiter suchen nach einem passenden Ort irgendwo in Schonnebeck. Darf aber nicht mehr allzu viel schief gehen bei dieser Suche. Denn nächste Woche sollen schon die Politiker im Rat entscheiden. Dieser Fall lässt uns immer noch ziemlich fassungslos zurück. Ende Oktober wickelt ein 21-Jähriger in Carnap seinen drei Monate alten Sohn Liam. Offenbar hört das Baby nicht auf zu schreien. Da soll der Vater dem Baby erst das Fläschchen fest ins Gesicht gedrückt haben. So fest, dass Liam hinterher Verletzungen hatte. Und dann soll er vier Feuchttücher genommen und sie dem Baby in den Mund gestopft haben. In dem Fall gibt es zumindest ein bisschen Glück, denn die Mutter von Liam war zufällig nebenan und hat das mitbekommen. Sie hat ihrem Sohn dann schnell noch die Tücher aus dem Mund gezogen, bevor er erstickt. Ab Dienstag steht der Vater vor Gericht. Eigentlich sollte er wegen versuchten Totschlags angeklagt werden. Das Gericht glaubt aber nicht, dass er seinen Sohn wirklich töten wollte. Deswegen geht es um gefährliche Körperverletzungen. Aber auch das lässt den Fall nicht weniger fassungslos werden. Der kleine Liam lebt übrigens nach letztem Stand in einer Pflegefamilie. Die Pläne dürften mittlerweile so abgenutzt sein wie mancher Sitz in den Essener U-Bahnen. Die Pläne für eine Verlängerung der U-17. Da wird schon seit rund 30 Jahren jetzt bei uns in Essen drüber diskutiert. Mal mehr, mal weniger. Gerade machen CDU und SPD einen neuen Versuch. Sie wollen, dass die U-17 nicht auf der Margaretenhöhe endet wie bisher. Stattdessen soll es weitergehen. Am besten bis zur Meisenburgstraße in Bredeney. Knackpunkt ist dabei die Brücke der Sommerburgstraße über die A52. Da müssen die Gleise drüber. Wäre theoretisch möglich, sagt die Stadt jetzt. Aber, jetzt kommt das große Aber, Straßen NRW sagt, dass die Brücke erneuert werden müsste, wenn die A52 breiter gemacht werden soll. Das kann allerdings noch Jahrzehnte dauern, sagen die beiden Parteien. Deswegen wollen sie jetzt schon eine genaue Prüfung der Pläne für die Verlängerung der U-17. Wir sollten keine Zeit verlieren, meinen sie. 30 Jahre sind offenbar keine verlorene Zeit. Ein paar traurige grau-grüne Grashalme, eine zerdrückte Cola-Dose und ein dicker Hundehaufen. So sieht es oft in den Beeten von Straßenbäumen bei uns aus. Aber das muss nicht sein, sagen immer mehr Essener. Mittlerweile gibt es offiziell 1200 Paten für solche Baumbete. Die Pflanzen der Blümchen machen sauber und gießen den Baum. Warum lässt zum Beispiel Holsterhausen richtig aufblühen? Es gibt so wenig Blumen und Grün hier in Essen. Da finde ich solche Plätze super. Je mehr Grün, desto besser. Ich finde es mega. Mega findet das auch Grün und Gruger. Die zählen nämlich immer mehr von diesen Baumbet-Betreuern. Und es dürfen gerne auch noch ein paar mehr werden. Den Kontakt zur Patenschaft gibt es auf radioessen.de. Da dürft ihr gerne mal mit eurem grünen Daumen draufklicken. Und das war überregional wichtig. Die nächste beliebte Urlaubsregion ist seit heute offizielles Corona-Risiko-Gebiet. Das Auswärtige Amt warnt jetzt auch vor Reisen in zwei Regionen an der Adrian, vor allem rund um die Stadt Split. Da steigen die Corona-Fälle gerade stark an. Diese Reisewarnung trifft Kroatien sehr hart. Die Deutschen sind unsere Urlaubsgruppe Nummer eins, sagt die Tourismuszentrale dort. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Wenn es in der vollen Badewanne trockener ist als auf dem Bettlaken, dann ist Tropennacht und eine Seuche erwartet uns heute Nacht mit 25 Grad. Morgen geht es dann schwülwarm weiter. Viele Wolken, ein bisschen Sonne und ein bisschen Regen. Das Ganze bei 30 Grad. Die nächsten Nachrichten hier bei uns aus Essen gibt es bei radioessen wieder morgen früh ab sechs. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen und irgendwie gekühlten Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war der Tag in fünf Minuten.